Concrete Canvas – Vier Prinzipien Die einzigartigen Materialeigenschaften von Concrete Canvas ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Für eine fachgerechte Verlegung sollten die vier folgenden Installationsprinzipien eingehalten werden. Hohlräume vermeiden Der Untergrund ist vorzubereiten, das heißt eine gute Verdichtung sowie ausreichende Tragfähigkeit und eine glatte, gleichmäßige Oberfläche sind zu gewährleisten. Entfernen Sie bei einer Verlegung auf natürlichem Untergrund jegliche Vegetation sowie scharfes oder hervorstehendes Gestein. Verfüllen Sie große Hohlräume. Entfernen Sie bei Betonuntergründen loses oder brüchiges Material. Schneiden Sie überstehende, freiliegende Armierungseisen ab und verfüllen Sie große Risse oder Hohlräume. Concrete Canvas – Befestigen Concrete Canvas muss an jeder Überlappung zwischen den Schichten verbunden werden. Zudem müssen die Schichten auf dem Untergrund befestigt werden. Überlappende Concrete Canvas-Schichten sollten sicher miteinander verbunden werden. Dies erfolgt in der Regel mit Edelstahlschrauben, die in regelmäßigen Abständen mit einem Magazinschrauber eingebracht werden. Die richtige Platzierung der Schrauben gewährleistet den engen Kontakt zwischen den Concrete Canvas-Schichten, verhindert das Auswaschen des Untergrunds und verhindert ein potenzielles Unkrautwachstum. Zur Verbesserung der Verbindungsdichtheit kann zwischen den Schichten ein Kleber aufgetragen werden. Eine nicht durchdringende Methode der Verbindung besteht in der thermischen Verschweißung der Concrete Canvas-Schichten. Dadurch wird auch die Dichtigkeit der Nahtverbindungen verbessert. Weitere Verbindungsoptionen finden Sie in der Concrete Canvas-Benutzeranleitung. Verbindung und Befestigung Bei der Befestigung auf lockerem Bodenmaterial werden in der Regel Erdnägel, zum Beispiel Heringe, verwendet. Auf Fels- oder Betonuntergründen können CC-Schichten miteinander verbunden und mit Mauerbolzen, Erdschlagankern oder eingeschossenen Mauernägeln auf dem Untergrund befestigt werden. Unterläufigkeit verhindern Es ist wichtig, das Eindringen von Wasser oder Wind zwischen dem Concrete Canvas und dem Untergrund zu verhindern, sowohl im Verlegebereich als auch entlang der Verbindungen. Bei felsigen oder betonierten Untergründen sollte die Umfangskante mit einer Betonleiste oder einem Dichtkleber abgedichtet werden. Bei Erduntergründen wird dies in der Regel dadurch erreicht, dass die gesamte Umfangskante des Concrete Canvas in einem Einbindegraben befestigt wird. Alle überlappenden Concrete Canvas-Schichten sollten in Wasserfließrichtung überlappen. Vollständig bewässern Es ist wichtig, Concrete Canvas richtig zu bewässern, indem genügend Wasser für die Menge des verwendeten Materials aufgebracht und die Umgebungstemperatur berücksichtigt wird. Die Bewässerung sollte immer über die faserarmierte Oberfläche erfolgen. Besprühen Sie die Gewebeoberfläche mit Wasser, bis sie sich nach dem Bewässern mehrere Minuten lang nass anfühlt. Befolgen Sie die Concrete Canvas Benutzeranleitung Bewässerung. Weitere Informationen erhalten Sie unter concretecanvas.com